Als Experte für den Kundenservice stehen wir den Kundinnen der Evangelischen Bank mit Rat und Tat zur Seite. Zur Verstärkung suchen wir aufgeschlossene Kolleginnen, die uns unterstützen. Alle Anfragen, die Kunden an eine Bank haben können, kommen bei uns rein und werden von dem First Level Support verarbeitet. Wir haben keinen Druck, dass wir bestimmte Zahlen verkaufen müssen. Die Kollegen sind super nett und die haben den Einstieg auch leicht gemacht. Wir haben sehr viele Kunden, die auch ehrenamtlich tätig sind. Die kommen schon nett ins Gespräch, einfach freundlich ins Gespräch. Die Büros sind neu, ist alles auf dem neuesten Stand. Es gibt genügend Kaffeeküchen, wo man sich mal gemütlich treffen kann. Wir haben auch einen Massagestuhl und meine Brille zum Beispiel habe ich auch von unserer Zusatzkrankenversicherung bezahlt bekommen. Was ich persönlich am besten finde, ist, dass unser Jobticket wird zum Schuss und uns Wide Leasing angeboten wird. Elsa kommt seit sieben Jahren mit zur Arbeit, unsere Feelgood-Managerin. Auch wenn es nur wenige Sekunden sind, wenn man sie mal streichelt, sehr beruhigend. Du bist interessiert und möchtest unser Team unterstützen? Dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf Verstärkung.